Du hast 175 goldene Schlüsse zur Verfügung. Was? Äh, ich hab nichts gesagt. 171? Wo hast du die alle her? Achso, du rätst jetzt einfach nur zu dem... Ich mach jetzt das, ich knall einfach Racks von oben ab. Falls du mich suchst. Ich bin da hinter dem... So, ja, wir müssen jetzt die Clapture... Genau, wir sind ja... Die Booymon-Zwerg haben wir ja schon abgeknallt. Genau. Oder fertig gemacht. Irgendwas haben wir da gemacht. Ich weiß es auch nicht. Ah, jetzt kommt gleich... Ah, jetzt kommt gleich... Yeah, yeah, yeah. BOOM BOOM! Ey, nicht spoilern! Aber er hat doch gesagt BOOM BOOM! Ja, aber er hat doch schon gesagt, dass wir auf BOOM BOOM treffen. Oder nicht? Obwohl, jetzt sag's auch irgendwann. Oh, jetzt mal hier... Badass-Dorkens verteilen, ich hab drei Stück. Ich hab schon alle meine 50 verteilt. Schusswache-Schaden! Mh, 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 mh. Feuerwart. Noch fünf Stück, ey. Oh, einen hab ich auch noch. Da könnt ihr mal sehen. Rückstoß, Schusswaffen, Nachlade, Nahkampf, Schildlade. Ich warte hier noch. Egal, mach mal Nahkampf. Als Zero ist doch sowieso immer gut. Und, bin ich besser zu hören, Silver? Also, weil ich kann dich hören. Und in der Aufnahme. Ja, jetzt hab ich im Stream gerichtet. Achso. Ob ich im Stream besser zu hören? Ist zwar nur einer da, ist ja aber egal. Ich freu mich über den einen, wenn er denn da bleibt. Sollen wir jemanden fünf Euro zahlen, um das Schirmrohr zu benutzen? Fünf Dollar. Wir leben hier in Amerika, Freundchen. Ach, der Dollar ist heutzutage nix mehr wert. So, wollen wir anfangen, oder was? Joa. Wär schön. Wär schön. Ich mein, da vorne ist ein Gegner. Spring. Na gut. Mach müssen die Gegner platt. Ach, ich hasse immer scheiß Internet. Ich hab doch andauernd diesen blöden Gastang angeschossen und... ...der hat es dann aber nicht wahrgenommen. Schön. Herzlichen Dank. Ja. Ich hab ihn angeschossen lassen. Ah, Granatwerfer. Wie erinnert mich das Ding hier an eine Waffe aus James Bond 007 Nightfire? Mann, ey. Darf ich mich auch so einen Granatenwerfer? Den konntest du entweder auf Aufschlagzündung oder auf Zeitzündung einstellen. Das fand ich extrem witzig. Ach, generell im Spiel gibt es so viele Waffen, mit denen du Sachen gestärken konntest. Das war voll geil. Ja, ich denke wir wollen mit der Aufnahme starten. Ja, hast du noch nicht Angst? Ich, ich hab schon lange. Ich hab schon lange gestartet. Ich schneid das nur noch zurecht. Auf ne gute Stelle. Okay. So, starte mit dem Plünder und fertig? Ja. Mach. Weg du's. Und, go. Hallo. 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 Okay, das ging schon mal in die Hose. Keep out-takes. So. Ach, Begrüßungen sind überbewusst. Ich hab schon lange gestartet. Ist das so voll dazwischengerätet? Ach, das machen wir nicht. Doch, Out-Takes. Nein. Ah, die haben wir in Out-Takes-Szenen. Ich hab schon so keinen von daher. Alles live, alles ungeschnitten, alles unzensiert. Kein Schimpfwort wird drausgepiept. Ach man, ich treff die alle gar nicht. So, jetzt aber. Wow. Oh. Oh. Ach, wir haben eine Sirene dabei. Das ist ja geil. Natürlich. Die war doch schon im letzten Teil dabei. Erinnerst du dich nicht mehr an sie? Oh, das ist so lange her. Ja, das stimmt. Schon ein paar Wochen, ja. Ähm, kein ganzer. Äh, da bist du. Dann locker ist doch die unwichtigste Klasse überhaupt. Ach. Aber die geilste. Äh, mal sehen. Wo haben wir denn? Noch einer? Hier muss noch irgendeiner sein. Ach, Mann ey. Geht doch. Leute, wir haben noch mal die Aufnahme verkauft, ey. Wow. Schau da einfach hinter mir. Vorsicht, der von unter dir ist einer. Oder über dir. Nee, über dir. Da. Oh, ich bin zu dicht dran an den Sch... ... wenn sie explodieren. Wow, wow, wow. ... wenn er Schaden kriegt. Hier ist ne Kiste. Hier ist ne Kiste. Wieso sniper ich denn? Da sind Schilde drin. Aber keins davon kann ich gebrauchen. Warte mal, ich will mal gucken. Vielleicht ist das ja besser als meiner hier. Hat jemand irgendwas geskillt, womit der Teamkamera heilen kann? Ich glaube, ich hab sowas nicht. Sowas gibts ja nicht. Doch, die Sirene kann sowas machen. Wenn dem Gegner im Facelock getötet wird, dann gibt's... Was schreibt er? Ich geh es da nicht mehr, wenn ich dann mal ernstlande... ... wenn ich das nicht mal Gefühle... ... fahre ich den traumatic... ... oder so was... Gau vor, der Stern ist Mord... Ich könnts Glybleiser drehen, aber äh... ... warte ich wie gut man mich denn noch hört... ... warte ich, wie gut man mich denn noch hört... Warte, nicht den Ballkampf initialisieren, ich bin grad was am Meinstellin... ... ach schaul... Ich glaube, wenn ich irgendein Let's Play starte, wo ich mein Pferd benennen soll, dann ist glaube ich auch Arschgaul. Obwohl, hier, das wäre gemein. Warte, ich will mal gucken. Ah, ich kann ja auch auf den Kopf springen. Okay, dann spring ich einfach mal so schön auf den Kopf. Eins, zwei, drei. Okay, nochmal. So, gut, wir können. Alles klar. Also, ich habe jetzt Skype-Zug fast auf allen Blattstärke gemacht. Ja, boom, boom. Boah, boah. Boom. Und dein Bruder, boom. Und dein Bruder, boom. Dass er so eine Show machen muss, also wirklich. Was sehen Sie, vielleicht kriege ich den. So, ach komm, da war doch mindestens Crid-Shot. Ja, der war Crid-Shot. Ach komm, wo ist er? Da ist er echt passend, da vorne. Crid. Crid. So, jetzt nochmal. So, jetzt nochmal. Au. Ah, ich sehe nichts und... Oh, ist er schon unten? Ihr habt das unten. Nein, der fliegt weg. Der Arsch. Ne, der fliegt nie weg, der springt noch nur rum. Mach den Fechtslock rein. Den Boom. Ach, das, ach, das, der Boom. So, Crid. 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 Facelogged. Ach man. Yeah, level up. Ja, ich auch. Ja, wir alle sind level up. Okay, wo ist denn der... Das ist unser Freund. Crid. Ich habe mich gerade noch nie mehr zu spät gedacht. Ich kann auch Snipern. Da, Crid. Yes. Aber ich dachte, die ganze Zeit, wir hätten den Facelog machen und dann ist nix ist. Die Granate ist genauso, wie die ich jetzt habe. Habe ich überhaupt einen Granaten-Mod? Oder, ne, ich hatte gar keinen. Egal. Wenn du den richtigen Mod findest, kann ich den Stehen. Ach ja. Am Ende gibt es ja noch die ganz geilen... Die Hyperion-Granaten finde ich geil. Ach, was klingt, wann mach ich den auf? Nachladegeschwindigkeit? Was ist das? Ach. Scheiße, was soll ich denn jetzt hier auf... Öhm... Mach das mal nachladegeschwindigkeit. Habt ihr schon das Dixi-Clo geplündert? Nein, habt ihr nicht. Jetzt bloß erwähnt. Egal, ich plünder jetzt das... Warte mal bitte mit der Kanone noch. Er hat schon geschossen. So viel dazu. Weil da kommen ja Gegner. Ja, ist er noch auf der Kanone? Ja, ist er noch. Da, du sagst irgendwie... Zack. Sorry, Crid. Oh, da kommt ein Bad erstmal, oder? Zack, Crid. Weiter hoch? Ja, Tatsache, man kann ja noch weiter hoch. Oh yeah. Seht ihr denn jetzt noch irgendwelche guten Schilde? Na, keine Ahnung, lass mal. Yippieiei, Schweinebacke. Ist da oben noch irgendwas? Nö, irgendwie nicht. Komm, ist noch welche oder sind die schon alle tot? Boah, wie ist die Fliegerin? Äh, ich hab ganz vergessen. Wie müsst ihr noch ein Skit? Äh, einer müsste da noch sein. Weil da wird nur einer angezeigt. Ah, da ist er. Boah, Alter. Was war das denn? Sorry. Ach, das war die Kanone. Ich hab gedacht, der von hat irgendwas gemacht. Zack, Crid. Hä, 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 hä. Wow, da kommen noch mehr. Wow. Oh, da brauch ich nicht mal nicht. Alter, ist ja mal geil. Der läuft einfach so. Und ich... ...schneid einmal einfach so auf den ein. Ach, ich messer dich. Hat überhaupt keinen Schaden. Noch ein Wert erstmal, Rauder. Ich wünschte, ich hätte einfach so einen nützlichen Skill. Nicht so den, den Zero jetzt gerade hat. Aber unsichtbar machen. Wie ist das denn, die nachgeladen wird, ey? Wo sind die denn? Ah, da. Ah. Oh, ach nee, das bist du. Ich treffe kaum was mit meinen Legs. Ja, bei mir ist das... Wird schon irgendwie gehen, ne? Ja, bei mir ist das auch nicht gerade große Klasse, was da gerade abläuft. Was haben wir mit mir? Wenn ich wieder meinen... ...granatenstreffer und ich Muni hab, dann... ...ich schade. Glaube ich. Ach du Scheiße, hab ich viele Pistols, aber die ist die schlechter als meine. Ah, puf. Hier ist ne Assault Rifle. Mit Raketen. Was denn? Ach, ne Assault Rifle. Das ist nicht mehr so mein Ding. Der Assault Rifle finde ich hier irgendwie allgemein komplett scheiße, wenn ihr mich fragt. Ich kämpfe sehr selten mit denen. Die downloaden sehr, sehr wenige, die ich mag. Und ich... Ach, genau. Scheiße war schon immer... Also. Zack. War tot. Schüsse fliegen zu langsam fliegt wie ich ja. Nein. Ach, Geschützt-Torn. Ach, die müssen mal gerade fliegen, dann kann ich die mal besser treffen. Scheiße, ich hab fast keine Munition mehr. Zumindest keine Sniper-Munition. Wenn ihr Sniper-Munit findet, sagt mir Bescheid. Hier gibt's wieder was. Ich muss sagen, der kleine Schrotthaufen fehlt mir. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn sie ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. Ach du Armer. Hör auf zu labern. Wir wollen doch nur die Welt in Brand setzen, nicht wahr? Äh, was machst du da? Äh, was machst du da? Äh, ich stomme. Faiselogs hat einfach ein paar. Äh, da hab ich das Tor aufgegangen, da war ein Gegner. Faiselogs hat einfach ein paar. Anna. Ach Mensch. Ja, ich helf dir doch. Komm schon, das habe ich noch. Ich hätte ihn jetzt mal einmal treffen müssen. Wäre auch tot gewesen. Aha. Ja, ja toll, zu spät. Anna, du hättest doch welche Face noch nicht können. Dann wäre ich jetzt nicht gestorben. Ja. Na toll, wo bist du? Da hinten. Okay, dann machen wir auch schnell. Aber wir sollten... Ach, scheiße, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Hm, die Hyperion Corporation respektiert jede Lebensform, solange sie kritikwürdig ist. Ha, ja. Am geilsten ist auch noch der Spruch. Wir hoffen, wir haben irgendwie sowas mit ihrer Rache. Es sei denn, es sind Hyperion Mitarbeiter. Ja, finde ich, auch Hyperion nimmt sich nicht die Gelegenheit an dieser Stelle... ...und sagt an dieser Stelle, Catching! So geil. Ach ja, da spürst du geile Sprüche, zum Beispiel... ...leisamer, ever. Zum Beispiel, Markus war dann auf Scoot Time, auch zum Beispiel, du sagst dann... Catch a gun! Das mache ich nie wieder. Ah, ich... ...ich muss was mit Flächen schaffen. Wir sollten nicht einfach reinrennen. Wieso einfach reinrennen? So, komm her, mein Freund. Irgendwohin... ...bleibst du nicht die Scheibe mit den Gegenschlägen... Wo, 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 ich will weg, ich will weg. Warte, jawohl. Wow. Oh... Ist noch einer? Scheint nicht so. Oh, ich... ...weiter nach oben. Achso, das war seine Ersatzfolterpuppe. Von Flint Nachdem er ja kein Claptrap mehr hatte, musste er auf ne Ersatzfolterpuppe zurückgreifen Oh ja Dabei kann ein Claptrap gar keine Schmerzen empfinden Ja, das hat er später ja auch noch Da gibt's gleich noch so ne Stelle Das heißt, er ist eigentlich kein richtiger Sadist Er findet nur einfach die Geräusche so cool, die er macht Und den richtigen Folter, das gibt ihm nicht so die Genugtuung Ähm, wir haben Sachen zu blindern, das ist ein schlechter Typ Ja na na, ja Ach, das ist auch ein Gegner, ich dachte, äh Einen von euch Na los, ich vor Gott sagen, mach du den doch Ja War noch bei Zack Oh ne, nochmal So, jetzt aber Munition So, jetzt Hast du alle Schilden mitgenommen, oder was? Hä, Schilden? Hier ist gar nichts mehr in der Kiste Ich war keine Schilden Was war denn da drin? Waffen, oder was? Strollen Ja, Pistolen Auch Pistolen, von denen hab ich ja genug Genugst du gar keinen, irgendwie Äh, mal sehen Oh, ich hab wieder einfach Munition Ich bin wirklich genutzt in Borderlands Was haben wir denn hier noch? Gar nichts mehr, oder? Okay, hier ist ja Ja, ich bin wirklich genutzt in der Kiste Ich bin wirklich genutzt in der Kiste und das ist ja Ich bin wirklich genutzt in der Kiste und das ist ja